Willkommen zurück zu Minecraft Let's Play und wieder einmal geht es auf nach Creeple Mountain. Mal sehen, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Ach ja, genau, bei dem kleinen Pferdchen hier. Dann, ich glaube, ich wollte noch ein wenig Sand sammeln für Glas. Nehme ich jetzt noch ein wenig von hier mit. So, vielleicht 40 Stück sollte dann reichen. Mach nicht für einen Stick. Dann noch genug, dass man hier auch wieder draufkommt. 55 ist gut. Dann, mal sehen. Natürlich bin ich noch auf Pissful. Und hier seht ihr noch kurz die Karte. Ich glaube, ich lasse diese Auflösung. Sollte eigentlich gut sein. So, und dann benutze ich hier auch mal den Aufzug, wenn man das so nennen kann. Das ist jetzt zwar nicht gerade der schnellste, aber man kann sich da ein wenig umschauen. Und seitdem gibt es auch dieses Problem hier, dass Wasser irgendwie komisch dargestellt wird. So, irgendwie auch blockweise, wenn es fließt. Aber ich glaube, dass das auch bald behaupten sein wird. Hoffe ich jedenfalls. Entschuldigung. Und dann erstmal drauf. Jetzt habe ich auch noch ein wenig Sand. Ich glaube, sieben Stück sollten mal reichen. Oh, ich wollte noch Holz holen gehen. Ich glaube, da unten ist hier ein Baum gewachsen. Endlich. Ganz ruhig, glaube ich. So, das sollte erstmal reichen. Nein, reicht nicht, aber mehr kann ich jetzt auch nicht holen. Und dann mache ich daraus doch gleich mal Leiten. Ja, fünf Stück ist jetzt nicht wirklich viel, aber immerhin etwas. Okay. Wo sind wir denn hier gelandet? Weil ich jetzt kurz rausgraben. Ach, wir sind da hier hinten. Okay. Mach ich das doch erstmal mit Ah, fällt mit Cold Stone zu. So, und weiter kommen wir jetzt hier leider auch nicht mehr mit diesen Leitern. Fockeln habe ich auch keine, dann werde ich erstmal noch warten müssen, mit dieser Hülle zu erkunden. Und ich gehe mir einfach mit meinen fünf Stöcken hier noch kurz welche machen. Und wenn ich auch schon mal oben bin, kann ich auch gleich noch hier ein wenig Glas mitnehmen. Ah ja, ich habe meinen Skin geändert. Ich habe jetzt Meat Boy in der Sud. Einfach aus dem Spiel Meat Boy. So. Daher kommt auch die andere Hand hier. Wie wollte ich das jetzt hier machen? Wahrscheinlich jetzt erst mal so. So. So sollte auch genug Beleuchtung sein. Naja, das ist jetzt eigentlich Fackelverschwendung. So. Und das kann ich mir momentan eigentlich überhaupt nicht leisten. Jedenfalls nicht, wenn ich nur so wenig Kohle habe. Naja, Kohle eigentlich nicht, ob so wenig Holz ist. Ich will nicht fehlen werden. Hier noch ein wenig Kohle. So. Hier noch irgendetwas wertvolles im Wasser. Nein, sieht jedenfalls nicht so aus. Entschuldigung, wenn es viel zu dunkel für euch ist. Aber so wie es aussieht, ist in dieser Höhle hier sonst überhaupt nichts mehr. dann geht es noch mal wieder auf. dann gehen wir mal wieder auf. Das war's. Hier erstmal wieder das Essen bzw. das Brot hier formen. So, das erst auch mal. So, konnte ich das jetzt hier schon zwar zu Zucker verarbeiten, aber ich habe noch nicht genug für etwas, das ich noch vorhabe. So, werdet ihr noch früh genug sehen, denn dank diesem Tiermod hier mit den Pferden und allem, gibt es auch neue Gegenstände, die man herstellen kann. Ein Beispiel, ich glaube, dafür sollte es gerade reichen. Oder auch nicht. Doch, es reicht gerade. Damit kann ich jetzt Haystacks machen, also Heuballen bringen hier aber recht wenig, ist eigentlich nur gut, um die Pferde zu zähmen. Und da unten rennt noch ein Ogerum. Na gut, eigentlich kann man damit das Ganze auch gut aufbewahren. Und spart so eigentlich recht viel Platz in der Truhe. Entschuldigt jetzt bitte, dass ich ein wenig heise spreche, aber... Ich habe mir wahrscheinlich wieder eine kleine Erkältung eingefangen. Aber das sollte mich eigentlich nicht aufhalten. Ich glaube, ich mache das hier so zwei Breit weiter. Einfach, weil das einiges angenehmer zum Bauen sein wird. Oh, Kripper. Böse, böse, böse. Geh weg, Fich. Ja, dann gehe ich dann doch wieder lieber rauf. Und ein Pferd. Da unten ist trotzdem schon wieder eine größere Party im Gange mit ein paar Pferde, Schweinen und Wildschweinen, wie ein Kuh, Pferd, noch ein Pferd, zwei Creeper und ein Pferd da draußen, den man auf YouTube wahrscheinlich überhaupt nicht sehen kann. Naja, jetzt ist heute wahrscheinlich überhaupt nichts passiert. Oh, Böse, Fich, nicht hier raufkommen. Wäre ich jetzt nicht sehr erfreut davon. Nein, ich glaube, ich mache hier eine kurze Pause, denn ich wollte noch etwas anderes aufnehmen, auch von Minecraft. Aber das wird wahrscheinlich schon lange erhoben sein, wenn dieses Video hier kommt. Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns.